Musik 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 Was geht Klasse ist vorgegeben Kannst du den nehmen Hab ich Ja Ich hab das ausprobiert Ja Ja Was denn Alter Ich mag die Waffe nicht Das darfst du noch Lutsch hier Wider Schockladung Wider Schockladung Hahaha Fail Was Turn on Alter Pino Ich hab die letzten Leute nur damit ihr wisst Pino ist mein Stiftname Falls euch immer wundert Oh ja sorry Ja Ey ohne Witz Alter du Du fassierst mich Nein Alter ich wollte erst sagen warum geht die Außenwelt nicht auf mich aber Hey Maik was was mit dir Na 8-0 Hallo Hallo Ich geb dir 3 Du stirbst nicht Und Ja Nein Good for Orbi Hahaha Alter Ich hab die auch mal geklappt Lohmann AIM Da fängt das wieder an Fuck Das ist die letzte Dreck Fuck Jetzt Pass auf Pass auf Alter Jetzt Puni ich dich Mal machschlägen Alter Oh Maik kommt auf Ich sprach Digga Was macht meine Maus aus? Fuck Dig Oho Irgendwie immer beim Aufnehmen ist irgendwie schneller Also keine Ahnung Hey Und 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 Zerpräzzii Ja Hey du warst ja noch Ist klar wie viele Hädiges gießen wir denn hintereinander Ja stimmt Hab ich bislang Ja was ich hab immer los Und Zerpräzzii Ja nicht pushen einer Alter Was hat Aldo gesagt Wirklich Hast du auch perfekt gelangert Ja 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 Hopp Ja 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 Na Ja Ja Hast du hingelegt? Ja Achso Alter... Nein, 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 nein... Ich lade Schock da drin hin, scheiße, ich freu keine Kacke überhaupt. Ah, fuck you. Gänzt du hin? Ach, maaaann. Gebt mir, wenn wir damit stehen, ne? Ja! Hä, ja! Ich wusste zwar nicht, dass du da kommst, aber... Ja, aber hey, das interessiert dich gar nicht. Nee, schluckt mich nicht. Wenn ich volltreffere... Lauf, lauf, lauf. Ja. Ja. Attacke. Wie ist das so schnell? Oh, komm! Du dachtest du was cool gewesen, was? Fuck. Äh, die macht schon... Ah, ja. Nein, nein, ich hab vergessen, was passiert. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ja, ach, ne. Ja! Aber auf Entfernung ist sie so schlecht, ne? Geht eigentlich. Ja, die pfeift ja nicht besser. Ja, die pfeift ja nicht besser. Nein. Mach ich halt lieber. Ach, da kommt noch von links! Was? Schade, ich wollte dich nifen. Komplettes Takt-Magazin! Nein, nein, nein. Das kann's nicht weitergehen. Digga, meine Maus ist irgendwie so komisch eingestellt. Hey, ich vergesse. Hey, dieses Scheiß. Und hier. F***! Äghhh! Ja! Ja, ja, warum spottet ihr da hinten? Mit dem jetzt sind wir spawnen müssen. Grüß! Ja, wenn... Wie viel... Fail, Digga, meine Maus! Wie war einfach die Zeit zu Ende? Na ja, ich hab jetzt halt die Punkte Hm? Ich hab jetzt jeder, die Punkte zu sehen Ach so, naja, stimmt Kann da grad nicht Geht hier nicht gerne Du brauchst zu campen, Digga Oh, Alter, Mann! Alter, was denn los? Hey, hab ich schon in der Gefühle Ja, ach, komm Tuck ist so behindert Na, Digga, ich glaub, ich zock die Is da irgendwie online Ich hab jetzt halt vernünftige Waffen So wie die SWAT oder so Ja, dann soll ich die verschieben Ja, SWAT... Nur weil du die nicht auf Gold fährst Ja, Maik, ich hab... Wesentlich mehr Waffen als du auf Gold Das juckt hier gar keinen Schade Also schade, war nicht drauf gezogen Das ist kein Juck mehr, äh Ja, ja, Piet Ich hab schon sechs Volltreffer Ich hab schon sechs Volltreffer Was ist das bei dir? Ich muss das Radar ziehen Ich muss das Radar ziehen Wenn du die bei Online machen würdest Ja, ja, ne Ui, ach Warum, warum kommst du denn auf einmal von da? Du bist doch einmal rumgerannt Das hab ich sehen LOL Alter... Ah, ist nice, Piet Fail One-Shot will ich sehen Ja Das, das... Das war kein One-Shot, nein Das waren 460 Neee Ja, natürlich Ach, guck's dir an Ja Die Granate war fehlgeworfen Ja, so ein bisschen 460 Ja Ich bin auch zurück auf Hinterkumpel gelangt Ja Ja Das war's dann Ja, okay, das war's dann Ja, danke fürs Zuschauen Ja Ja